Und bei uns geht es weiter mit dem phoenix nachgefragt und ich freue mich, Andreas Rinke begrüßen zu können. Er ist politischer Chefkorrespondent von Reuters. Hallo. Guten Morgen. Ja, wir haben es Anfang der Sendung schon einmal gesehen. Es gibt heute das Treffen zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz im Kanzleramt. Da wird gesprochen über die Lehren aus Solingen. Jetzt waren wir gerade beim Thema Ukraine. Vielleicht eine Frage auch noch in die Richtung, wenn die beiden sich da heute treffen. Stichwort Unterstützung für die Ukraine. Geht da noch was oder denken Sie, man hält sich da nach den Haushaltsverhandlungen jetzt doch erst mal zurück? Ich glaube, man sollte die Erwartungen an dieses Treffen jetzt nicht zu hoch schrauben. Es ist übrigens schon vor dem Anschlag in Solingen verabredet worden zwischen den beiden Politikern. Es war eher ein allgemeines Gespräch des Kanzlers mit dem Oppositionsführer. Ich nehme an, dass Themen wie die Ukraine da auch besprochen werden, aber ohne, dass Entscheidungen fallen. Natürlich wird man über Solingen sprechen, aber auch da ist nicht geplant, dass Entscheidungen fallen. Ich denke, bei dem Thema Ukraine sollte man im Hinterkopf haben, dass wir vor Landtagswahlen stehen, jetzt am Sonntag in Sachsen und in Thüringen, aber dann am 22. September auch noch in Brandenburg. Und die Stimmung in Ostdeutschland, was Waffenhilfe für die Ukraine angeht, ist eine völlig andere als in Westdeutschland. Und deswegen ist meine Erwartungshaltung an Beschlüsse in diesem Treffen zum Thema Ukraine sehr gering. Dann kommen wir zu dem anderen wichtigen Thema, nämlich der Messerattacke in Solingen. Was wir ja schon wissen, ist das, was der Kanzler will. Das hat er gestern gesagt. Er will eine Verschärfung des Waffenrechts, insbesondere auf Messer will er da schauen. Und wir haben auch gehört, gestern Abend erst wieder Friedrich Merz, der das also für Humbug findet, völlig unzureichend und eine wirkliche Wende fordert im Asylsystem. Also was ist Ihr Eindruck? Welche beiden Positionen treffen da jetzt aufeinander? Das scheint ja doch an sehr unterschiedlichen Polen zu sein. Ich glaube, in Wahrheit ist der Unterschied nicht ganz so gigantisch groß, wie er jetzt erscheint. Auch da muss man daran erinnern, dass wir in der letzten Woche vor den Landtagswahlen stehen. Die CDU mit Ministerpräsident Kritschmer versucht natürlich in Sachsen, aber auch in Thüringen jetzt noch den Eindruck zu vermitteln, dass sie die Entschlosseneren sind. Immerhin erinnere ich an die Umfragewerte für die AfD in beiden Ländern, die dort eben sehr stark sind, möglicherweise auch stärkste Kräfte werden. Also die CDU hat im Moment ein Interesse daran, so ziemlich alles zu fordern. Und der Kanzler steckt ein bisschen in der Predulie, weil er schon nach dem Anschlag in Mannheim vor der Europawahl versprochen hatte, dass es Abschiebungen nach Syrien und nach Afghanistan gibt, oder besser gesagt von Syrien und Afghanen, denn man muss nicht zwangsläufig in diese Länder abschieben. Aber bisher gibt es dann noch keine Zahlen. Und das ist natürlich für eine Opposition eine gelungene Angriffsfläche gegen den Kanzler. Und ich denke, das werden sie in dieser Woche auch versuchen auszuspielen. Was war denn Ihr Eindruck vom Auftritt des Bundeskanzlers gestern in Solingen? Er sagte, er sei zornig, hat sich dann aber doch bemüht, relativ schnell hinzuzufügen. Ansonsten sei man an sich mit den Maßnahmen auf einem guten Weg. Da gab es kein Wort jetzt des Bedauerns oder der Ausdruck von, da hier läuft wirklich etwas schief. Was war Ihr Eindruck? Ja, genau wie Sie es beschreiben. Also die Bundesregierung verweist natürlich auf die Maßnahmen, die sie schon unternommen hatte. Erinnert immer wieder daran, dass man auf europäischer Ebene ja jetzt ein Maßnahmenbündel beschlossen hat, was jetzt in den nächsten Monaten noch umgesetzt werden muss, was die Zahlen ankommender Migranten deutlich reduzieren soll und auch die Abschiebung weiter erleichtern soll. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen jetzt wieder einen spezifischen Fall, was diesen Anschlag angeht, weil offenbar die Behörden ja die Möglichkeiten, die sie gehabt hätten, nicht genutzt haben. Also da sind wir gar nicht auf der rechtlichen Ebene, Gesetzesänderung, sondern auf der Vollzugsebene. Und das macht diese Debatte eben auch so komplex und schwierig für eine Bundesregierung, die mit dem Anschlag da konfrontiert wird, dann aber darauf verweist, dass viele Gesetze ja schon in den letzten Monaten geändert wurden. Also Abschiebungen wurden auch erleichtert. Die sind sowieso Zuständigkeiten der Länder. Aber es gibt eben eine Erwartungshaltung an die Bundesregierung, dass sie noch mehr machen muss. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie wir vor allem in der Woche nach den Landtagswahlen dann da weiterkommen. Es wird, ist meine Vermutung, nicht bei der Verschärfung von Waffengesetzen bleiben. Wäre das nicht ein Punkt, wo die beiden sich heute treffen oder annähern könnten, Scholz und Merz? Weil diese Umsetzungsebene, wie Sie es eben genannt haben, das würde ja jeden, das trifft ja jeden. Also eine politische Entscheidung muss umgesetzt werden und das scheint ja nicht wirklich zu funktionieren. Innenministerin Faeser hat jetzt nochmal die Verantwortung in Richtung Länder geschoben und hat gesagt, also wir haben alles soweit parat gemacht mit unseren Gesetzen. Ihr müsst jetzt umsetzen. Aber nochmal, wir sind in der letzten Wahlkampfwoche. Deswegen denke ich, muss man die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass beide rauskommen, sich vor die Presse stellen und sagen, Opposition und Regierung haben jetzt hier ein gemeinsames Maßnahmenpaket verkündet, wenn die Regierungsseite sagt, wir haben doch schon viel gemacht und man muss jetzt mit Ruhe entschlossen, aber mit Ruhe rangehen und die Opposition den Eindruck vermitteln will, es ist überhaupt nichts passiert. Also deswegen ist das jetzt eine denkbar ungünstige Woche. Ich denke, das Wichtigere bei diesem Gespräch ist, dass es überhaupt eine Vertrauensbasis zwischen Kanzler und Oppositionsführer gibt. Denn auf der müssen dann Entscheidungen, die möglicherweise in den nächsten Wochen kommen, aufbauen. Ich glaube, die Erwartungshaltung der Bevölkerung ist schon da, dass etwas passiert und dass sich beide Seiten, nämlich Regierung und Opposition, in so entscheidenden Fragen auch zusammensetzen. Gucken wir ganz zum Schluss nochmal ein Stück weiter in die Zukunft. Also über die Landtagswahlen hinaus, nämlich auf nächstes Jahr auf die Bundestagswahlen. Es hat gestern einen Wahlkampfauftritt gegeben in Sachsen. Da waren anwesend Friedrich Merz, den haben wir im Beitrag schon gesehen, aber auch CSU-Chef Söder und eben Michael Kretschmer. Und da ging es um die K-Frage. Söder scherzt und sagt, ja, haha, die K-Frage ist ja ganz klar, das ist Kretschmer. Und der kontert aber zu einem späteren Zeitpunkt und sagt, der zukünftige Kanzler Merz. Nur Scherze oder steckt da ein Fünkchen Wahrheit drin? Die Union hat gesagt, sie entscheidet im September und Herr Söder nutzt jeden Auftritt, auch übrigens gestern den in Dresden, um immer wieder zu suggerieren, dass er auch noch im Spiel ist. Er hat nämlich gestern gesagt, also die K-Frage ist für Sachsen entschieden und wir werden dann einen Kanzler für Deutschland stellen. Also da hat der Herr Merz uns sich selber ausdrücklich mit einbezogen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Herr Merz die deutlich besseren Chancen hat. Aber der CSU-Chef hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er für Überraschungen gut ist. Und er hat am Sonntag gesagt, dass Schwarz-Grün mit ihm nicht geht. Da könnten die Leute darauf vertrauen, dass er das verhindern werde auf Bundesebene. Also dass er bundespolitische Ambitionen hat, ist klar. Ich denke, die beiden Herren müssen sich im September möglicherweise noch vor der Landtagswahl in Brandenburg dann zusammensetzen. Wie gesagt, im Moment würde ich sagen, dass Friedrich Merz die eindeutig besseren Karten hat. Aber Herr Söder ist eine Blackbox, was solche Entscheidungen angeht. Möglicherweise noch den ein oder anderen Trumpf im Ärmel. Andreas Sinke, herzlichen Dank für diese Einschätzung aus Berlin am Dienstag bei Phoenix. Dankeschön.